so herzlich willkommen zu call of doom sigill ultimate episode 3 folge 6 ja ja wir haben jetzt eine map ich hatte weil die map ist relativ scheiße aber es gibt einen shortcut der ist relativ relativ gut SSB kommt nur gerade nicht ein also wir müssen auf jeden fall wir müssen auf jeden fall erstmal war irgendwo diese unsterblichkeit wir müssen einfach unsterblichkeit einsammeln hier zum beispiel dann mussten wir jetzt oh ne das ist doch wesentlich schwer als ich dachte hier lang war zu ich hier gerade so und hier hat man euch jetzt einen relativ richtigen Spot einen relativ guten Spot und gleichzeitig kommt man da halt relativ schnell an die blaue Karte ran und hier einfach hier durch man habe sie so und jetzt müssen wir nur noch dafür sorgen bis wir möglichst schnell hier wieder raus gehen ist der jetzt offen Aua Digga wie schnell kann sich denn das Viech bewegen es tut ja weh nicht oo ja wo doch war hier nicht irgend wie was zum aber wo fahr denn das fuck oder o 크� Augh ich weiß da irgendwo dass das lustige glaube da hätte etwa gelungen gewesen sein da ist nur raum genau das ist doch Aber ich glaube, ich schaffe es da nicht hin. Du hast dich überhalten? Ne. Hä? Wie komme ich denn da hin? Warte mal ganz kurz. Also der Raum hier ist der Raum, der... Warum kann ich hier keine Maus drin benutzen? Also der Raum ist der, der irgendwo hingeht und wir gehen... Also bei den drei, wo wir sind, links da drüber, da oben, da müssen wir hin. Aber da hätten wir es doch sehen müssen. Verstehe ich jetzt nicht. Halt, da leckst du doch am Arsch, am Penis, am Fragilos. Boah, ist jetzt wieder draußen. So, da das Ding, ja, brauchen wir. Achso, wir können einfach hier rausgehen. Das ist ja Lost Souls, ne? Die gehen wir halt los und die geht auf den Sack. So. So. Jetzt kill ich noch die da hinten. So. Jetzt hab ich eigentlich relativ freien Weg. Wo denn? Was denn? Oh, Alter, ist doch noch mehr. Alter, noch viel mehr. Okay. Okay. So, und jetzt kann ich nämlich relativ simpel eigentlich einfach zum Ziel laufen. Wo immer das war, das müsste hier gewesen sein. Jawohl. Genau. Wie einfach einfach nochmal ein Tier ist. Wie einfach einfach nochmal ein Viech war. Und es ist dahin gelaufen vielleicht. Kann es nicht auch sein. Das wird ein schönes Mal. Egal. Darüber kommen wir uns nächste Woche. Bis dann. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.